Grüß dich und herzlich willkommen in der Riederbau Holztechnik in St. Dirkup im Haus. Ich bin der Andi, der Teamleiter von Ort und ich und der Leo, wir würden jetzt einen kleinen Ausflug mit euch durch unsere Firma machen. Vielleicht schauen wir einfach einmal gemeinsam euch in. Gut, wir sind jetzt in der Abundhalle. Das ist unsere Fertigungshalle, wo unsere Holzhäuser entstehen. Derzeit gerade da direkt hinter mir eine Holzfassade für Kitzbühel, für ein Start-up-Unternehmen. Und da drüben haben wir auch noch einen Fertigungsplatz, wo eigentlich unsere Holzrahmenbauwände entstehen. Gut, wir stehen jetzt vor dem Herzstück unserer Abundhalle. Das ist unsere Hundekker K1, so eine Abundanlage, eine vollautomatische. Das Holz läuft jetzt eigentlich von links nach rechts durch. Und hinten kommen dann eigentlich die fertigen Holzbauteile raus, so wie wir es da jetzt auch sehen. So, jetzt sind wir in unserer Halle 1. Das ist unsere klassische Zimmereiwerkstatt mit stationären Zimmereimaschinen. Zum Beispiel unsere Vierseithobelmaschine, die unser Kanto jetzt vierseitig hobelt. Da herinnen werden eigentlich kleine Fertigungsteile, Hergericht, Windladen, Balkone und diverse Fassadenteile. Ja, schön, dass wir eigentlich mitnehmen haben dürfen auf eine kleine Runde durch die Riederbauholztechnik. Der Leo und ich, wir gehen jetzt wieder an die Arbeit, aber wir freuen uns auch, wenn ihr euch persönlich mal besucht. Fertig!